Heute ist der 17. Februar 1970. Wir fahren nach Wismar. Es ist ein strahlend schöner Sonnentag. Und die zweite Antwort, wir müssen die rechts rein fahren. Sie dürfen da nicht wieder fahren. Seehafen Wismar. Der Hafen von Wismar. Die Strahl-Sund. Ein Schiff wird geschleppt. 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 Die Wismar 107. Gegenüber ein Tor, das Tor in die Stadt Wismar. So, wir fahren jetzt auf die christliche demokratische Union Deutschlands. Wir sind wieder in Wismar. Mutti steht an der Nikolai-Kirche. Da steht, ich bin die Tür. So jemand durch mich durchgeht, wird er selig werden. Die Nikolai-Kirche. Hinter mir ist der Stadtkern von Wismar. Hier, Ecke-Lübsche-Straße, Krämer-Straße. Und noch ein Schwenk. Da geht es um Rathaus. Und jetzt gehen wir zum Rathaus. Der Marktplatz. Der alte Schwede. Da steht mein Mütterchen. Hier soll man am besten essen können. Alte Schwede. Mutti sitzt im alten Schweden. Das ist super schön. Das ist super schön, oder? Ja. Das ist mein Assistent. Das ist mein Assistent. Das Samt. Jetzt. Komm, komm, komm. Wieder aufdrücken? Ja. Ja.